Willkommen zurück zu einer weiteren Runde, Nerolo Shorts! Heute mit dem Spiel... Ich schätze mal, dass ich der Name von diesem kleinen Dino hier... Ähm, dieses Spiel ist wie Urlaub. Warum? Es hat ein Seitenverhältnis von 16 zu 9! Okay, das scheint ein kleines Point-Click-Adventure zu sein. Wie, die einfach so einen riesigen Ast wegtritt, so voll erhalten? Aber das war nicht gut, jetzt kommst du nicht mehr da dran. Okay, der ist jetzt in unserem Inventar. Was ist, wenn man das macht? Oh mein Gott, es brennt! Aufstehen werde. Oh, die ist süß! Wir müssen mal gucken, was mit unserem Kumpel los ist. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich weiß auch nur, dass das wieder während einer Gaming-Jam-Session da gemacht worden ist. Aber innerhalb von 14 Tagen diesmal, also steckt da ein bisschen mehr Arbeit drin. Und ich glaub, das sieht man. Das ist wirklich sehr hübsch. Was ist das? Okay, ein Blatt. Ist das hier alles Blut? Weil wenn ja, geht's deinem Kumpel nicht so gut. Oh, das hat sich geweint. Was war das? Komm, Mädel, es das. Es... Hä, Kleiner? Darf ich das haben? Okay, nein, darf ich nicht. Was versteht die Feder dafür aus? Ist das überhaupt eine Feder? Könnte auch ein Blatt sein. Ich hab keine Ahnung. Komm, du willst doch bestimmt die Gedärbe von meinem Kumpel. Okay, dann. Aha! Kannst du das aufheben? Nein. Kannst du das vielleicht hier mit aufheben? Wie sich's mit dem Kopf wackelt, so. Nee, geht nicht. Was ist, wenn ich einen Stein da oben gegenwerfe? Geht nicht. Aha! Es ist das ein Stein voll Honig. What the fuck? Ich glaube irgendwie nicht, dass das ein Stein war, aber egal. Was ist das? Hoch, so da... Ich verstehe es nicht ganz. Oh! Wie cool! Da hätte ich jetzt vielleicht sogar als Entwickler noch so ein kleines, äh, wie heißt es? Quicktime-Event gebastelt. Ey, da ist unser Kumpel. Ja, es war nicht seine Gedärme. Umso besser. Oh, das kleine Wildnis zu seiner Mama. Hol mich hier raus, Mama. Ich hab Angst. Keine Sorge, mein Kleines. Und wenn ich das geschafft habe, dann spazieren wir zu dem Wasserfall, zu dem du immer weitest. Meinst du das ernst, Mama? Natürlich meine ich das ernst, mein Schatz. Ach so, der fällt immer runter. Wenn der einmal diesen Move macht. Das heißt, wir müssen den irgendwie... Oh, was bist du denn? Wo kommst du her? Oh, die wollen doch nur zueinander. Wie? Oh, so süß. Ich find's komisch, dass du halt nicht die Grube runter kannst, Mädel. Okay, ich hab die gerade miteinander kombiniert. Das war nix. Aha. Aha. That's the way I like it. Und wenn ich das geschafft habe, dann spazieren wir zu dem Wasserfall, zu dem du immer weitest. Meinst du das ernst, Mama? Natürlich meine ich das ernst, mein Schatz. Ich hab die Mama von dem Kleinen... Ich hoffe, der frisst euch. Oh, Mann. Wenn das die Peter gesehen hätte, ne? Schönes, kleines Spiel. Wenn euch der Park gefallen hat, gibt es eine ganz andere positive Bewertung. Wenn euch nicht gefallen hat, gibt es eine ganz andere negative Bewertung. Und haut Kritik in die Kommentare. Jedenfalls. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Wir hören uns. Wir sehen, dass ich... Ja, dieser kleine Dino ist jetzt ein Reisendino. Ciao. Er ist so wunderschön, wie ich's mir erhofft hatte.